Die Pechregel. Haben Sie eine Sportverletzung, eine Zerrung, ein Muskelfaserriss oder sind umgeknickt, dann befolgen Sie einfach die Pechregel. Pause. Beanspruchen Sie den Muskel nicht mehr. Häufig wird durch weitere Bewegung der Zustand verschlimmert und die Heilung verzögert. Eis. Kühlen Sie die Stelle, um die Durchblutung zu verlangsamen. Nach 10 Minuten legen Sie 10 Minuten Pause ein. Auch kühlende Salben können helfen. Compression. Druck. Eine elastische Binde vermindert die Schwellung und lindert den Schmerz. Hochlagern. Verletzte Beine und Arme über der Herzhöhe halten. Das verringert die Blutung im Muskel und damit die Schwellung. Verletzungen sollten frühestens nach zwei Tagen wieder wärmer ausgesetzt werden. Bei stärkeren Verletzungen sollten Sie einen Arzt zur Rate ziehen. Wenn Sie sich daran halten, lindert Pech Ihre Schmerzen und Sie gesunden schneller.